So, wir sind bei DSF Plus. Es läuft derzeit das freie Training, der Formel 1. Und wir schauen mal, wie das funktioniert mit den verschiedenen Kameraperspektiven. Dazu gibt es einen Optionen-Knopf, den ich jetzt mal gedrückt halte. Unter Bildregie ist jetzt die Möglichkeit gegeben, zwischen dem Supersignal und den verschiedenen anderen Signalen zu wählen. Außerdem besteht die Möglichkeit, was sich viele bei RTL gewünscht haben, den Kommentarton einfach abzuschalten und nur den Originalton zu hören. Aber ich schalte mal zurück auf Kommentarton und werde jetzt mal die Bildeinstellungen durchgehen. Leider ist es nicht möglich, bei der Bildregie die Einblendung aus dem Bildschirm zu entfernen. Dies ist hinderlich, wenn zum Beispiel bei Formel 1-Übertragungen Zeiten eingeblendet werden, wie in dem Fall. Es ist dann also schlecht zu erkennen, was dort eingeblendet wird. So, ich schalte mal in das Cockpit-Signal um. So, jetzt sitzen wir im Cockpit des entsprechenden Fahrers. Oben rechts eingeblendet wieder das Supersignal, über das die normale Formel 1-Übertragung gezeigt wird. Also das zusammengeschnittene Bild, wie es üblicherweise zum Beispiel auch bei einer RTL- oder Eurosport-Übertragung käme. Als nächstes jetzt die Möglichkeit, in die Boxen zu schalten, um zu sehen, was sich in den Boxen tut. Hier oben rechts eingeblendet das Supersignal und im Boxensignal ein anderer Kommentarton. Das heißt, hier ist ein zweiter Reporter vor Ort, der das Geschehen an den Boxen kommentiert. Dann den Highlights-Kanal. Hier werden entsprechende Zeitluben-Studien und bestimmte Sachen aus dem Rennen wiederholt, die besonders interessant waren. Zum Beispiel wird hier die Startphase in verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Kameraeinstellungen wiederholt. Und schließe ich den Data-Kanal. Hier kann man sich die aktuellen Platzierungen der entsprechenden Formel-1-Piloten anschauen. So, und jetzt wieder zurück zum Supersignal. Und hier haben wir eine typische Störung, wie sie häufiger vorkommt bei DSF Plus. Gerade auch bei den letzten Formel-1-Übertragungen kam es oft zu Störungen im Bild. Eine ähnliche Situation, wie vielleicht auch bei McLaren mit Mika Häkkinen. Der finde auch lange... ... ... ... ...